22, Kapitel 22, das Kloster. Nicht schlecht. Männer. Nein, nein, ich habe die Berge gemeint. Ehrlich. Na los. Hoich. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Wo sind denn alle? Die sind bei Lazarevich. Er hat ihren Alten in das Kloster gebracht. Kommt zu, Papa. Bring diese Kisten ins Kloster. Kommt zu, Papa. Bis dann. Herr Leves! Meine Güte. Meine, meine Güte. Ambrust? Nein, danke. Oh Gott. Ich muss mich aufwärmen. Die Pose, Alter. Ich muss mich aufwärmen und dann erst mal eine Pose machen. Okay. Der kann das doch nicht in diesem hohen Gras sehen. Die Leiche, oder? Ja, ich meine, das wird ja jeder Normale. Was macht der denn? Ich knall den gleich ab, ja. Wenn ich den nicht gleich zu packen kriege, knall ich den ab. Da kommen sie. Oh, wie ist mir das? Komm doch her. Sehr gut. Dort drüben ist ein Maschinengewehr. Gut. Nice. Scheiße. Ich stecke. Komm! Äh, der Desert Eagle nehme ich mit. Was mache ich denn? Was habe ich denn hier auch gemacht? Das ist, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Na zu. Was mache ich denn? Oh, was mache ich denn hier auch? Oh, was mache ich denn hier auch? Das Treffen, na. Oh, was mache ich denn hier auch? Oh, was mache ich denn hier? Caution. What the fuck? Wie wäre es damit? Wie wäre es damit? Holy shit Yes Alles klar Geht nach Hause ihr Oder noch Wichser Entwarnung 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 Lena Vielen Dank Und auf komm schon Ich halte fest Du zuerst Okay Das war knapp Aber gut Danke Lena Da gehts tief runter Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber Ich glaub da unten ist ein Seil Okay warte Ich geh runter und werf's dir hoch Okay und runter und runter und runter und runter und Jung Jung Mist Okay hier ist das Seil Fang Ich hab's Ich hab's Okay mir nach Jetzt sind wir aber schon mal auf der anderen Seite Wie in alten Zeiten würde ich sagen Du musst eben springen ich fang dich Okay Okay Ich hab dich So Ganz leicht Genau Das müssen wir doch bestimmt schieben Okay Los hilf mir Wir drücken mal Genau Hey wir können da rauf klettern Komm schon Vorsichtig Wer weiß wie alt die Bretter sind Ja Hey ich hab ein Seil Wunderbar Du hast ein Seil Können wir das auch einsetzen Bin schon unterwegs Folge mir Elena Genau Verschlossen Unmöglich hier durchzukommen Okay Ich suche einen anderen Weg Von der anderen Seite Du wartest Sei aber bitte leise Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen Leise Okay Geht klar Natürlich leise Natürlich leise Natürlich leise Das war Wie ist der Du Das war sehr schön Das ist ja schön Leise, leise. Kaltet die Augen offen. Kaltet die Augen offen. Passt auf. Passt auf. Kaltet die Augen offen.